Das ist mein schönster Lieblingsplatz in Seisfeld, weil ich hier einen Kiosk gefunden habe vor drei Jahren. Es ist kein Stress, es ist Abwechslung mit den Leuten. Ich habe Champa Freude, wenn ich selbst die Kinder bedienen und die Kinder haben, die Champa den Blasch und so etwas für 50 Krav oder für einen Franken Gummischlangen zu kaufen. Und da hat man eine Erholung für mich und ich mache das auch ein paar gerne. Als Selbstständiger, Kleinunternehmer, Kioskbetreiber würde ich mich für tiefe Steuern einsetzen, für einen Schuldenabbau und damit für gesündere Stadtfinanzen in Winterthur. Der Verkehr ist mir ganz wichtig. Im Winterthur muss er fliessiger werden für Velos, Fussgänger, Bus und Auto. Es ist sehr ärgerlich, wenn Bus am Morgen und am Abend im Stau stehen müssen. Die Autobahnumfahrung muss so ausgerichtet sein, dass bei einem Unfall nicht die ganze Stadt darunter leidet. Dafür werde ich im Gemeinderat kämpfen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Stimme. Biod estruct pussy. Biod und Biod to Vielen Dank.